Ich baue noch Workbench ab. Oh, das ist meine Werkbank. Damit wir wieder was verlieren. Komm, ich kann dann weiter. Schau mal im Chat rein. Ja, ich möchte. Komm hier lang. Das ist sicherer der Weg. Oder schneller auf alle Fälle. Okay, da ist eine Spinne. Komm, die machen wir fertig. Die Spinne machen wir fertig. Oh, ist richtig geschlagen. Ah, kein Problem. Mit der Workbench. Ich komme euch mal entgegen. War X-Spinne. Schwimmen? Hey, du kannst dich unter Wasser verstecken, wenn die Spinne dich angreift, ne? Das ist sinnvoll. Die tauchen nämlich nicht unter. Außer die springen jetzt irgendwie hineinkotzen. Dann sind sie aber bloß einfach tief. Hast du das Zeug jetzt? Ich muss jetzt dann erstmal wieder Holz und so fahren, weil mir ist gerade alles weg. Hast du das Zeug wieder gefunden, Tobias? Ne, ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Okay, ich muss noch durchkommen. Ich muss noch überleben. Ich muss überleben. Ich muss überleben. Ich muss überleben, ich muss überleben. Zeckt nichts gelettet. Nein, ich muss weggeben. Ich hab' keine Wolle mehr. Ich hab' auch keine Wolle mehr. Ich hab' auch keine Wolle mehr überlaufen. Wir sind schon. Da ja drei Stück zu ein kleines Bettchen. Nein, ich werde noch. Ich werde noch wieder zu öffnen. So. Ich weiß, wo ich gestorben bin. Go, go, go. Oh. Wenn ich werde, wohin' ich bin. Ja, genau. Ich würfe mir. Okay, Marcel, du bist wohl. Nein. Da bin ich weg. Da bin ich weg. Da bin ich weg. Da bin ich weg. Ja, da bin ich weg. Da ist das Zeug. Ja. Du meinst euch auch? Das ist wieder Erfahrung. Marcel, wenn du meinst, was ich auch hast, dann hätte ich das gerne wieder. Das ist alles da. Hast du nichts gesehen? Ja, schon, aber ich habe nicht gewusst, dass das deins ist, wenn du meinst. Ja, na da mal. Was seid ihr? Erstmal in Sicherheit gehen. Wo bist... Wo seid ihr? Und der Skelett. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Und noch mehr Skelett. Oh, verdammt. Ah! Oh, den Kripper! Fuck! Wo bist du? Wo ist Jojo? Ich bin hinter dir. Ich bin nicht tot. Hinter dir ist das... Ich würde da nicht kämpfen, das sind so viele... Sonne! Ja, ich habe... Scheiße, Mann! Wo warst du? Hast du was gehabt? Ich brauche auch einen Wunderstoff, oh, bitte. Ah, es wird aber jetzt wieder ein Haag, also wir haben Glück. Ich sterbe scheiß Gelächter. Ah! Geh weg! Nein! Ah, Glück! 50 Spinne! Boah, scheiße Kripper, Alter! Geht verrecken, ey! Nein! Ah! Ah, ich habe einen Kugel gekickt. Ah! 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 Ich muss gucken, wo ihr seid. Scheiße! Ich bin verreckt! Wo seid ihr alle? Ah, dass du... Ey, das musst du... Da ist der Tobias gegangen. Was soll ich? Kriege ich meine Gegenstände wieder? Jaaa! Lass mich erstmal wegrennen, ich hab nur noch ein Herz. Teilt ihr mich? 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 Wurde gerade anruppen. Teilt ihr mich? Wieso? Dann hast du wenigstens Sachen erstmal. Ja, ich hätte auch gerne Sachen wie du bist. Bitte, bitte. Hände dir! Hände dir! Ach, das hätte ich. Ich wollte auch sterben, damit ich endlich wieder volles Leben hab. Ich nehm mal hier alles auf. Ja. Du kannst alles mitnehmen erstmal. Haben wir jetzt alles zu euch endlich wieder vom Anfang? Ja, ich hab's aufgesammelt. Was denn alles aufgesammelt? Also ich renne auch zu euch, ne? Und dann laufen wir in den Wald rein. Ja, tschau. So, ich hab jetzt erstmal ein Bett gemacht. Wenn wir in der Wüste schon nicht überstehen, ne? Was machen wir dann im Wald? Weil im Wald kommt alles um die Ecken rumgeschaut. Ja, ey. Das kriegen wir schon hin. Ich weiß nicht, das sind die ja... Wir müssen erstmal von mir abholzern, dann... Das ist wirklich... Das ist... Jo, 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 komm her. Darfst du dich? Ey, Leute, wir sind zwar noch ein bisschen unerfahren, aber das schaffen wir. Naja, unerfahren nicht. Es ist nur gerade scheiße. Komm, ey, komm her. Wir haben... Wir haben... Wir haben keine Ritter. Marcel, hier. Ey, die Spinne hab ich nicht gesehen. Lass... Lass... Die Spinne töte dich noch nicht. Lass doch nicht an... An Tarkan. Äh, Marcel doch stehen. Lass uns weiterlaufen einfach. Ja, okay, okay. Kannst du erst mal verhalten. Oh, hab ich ja nicht feile. Ich muss erst mal das... Feile haben, weil wir Dinger gestört... Gibt's für das Funkelette. Wo ist jetzt der? Tobias? Der ist... Tobias ist links neben dir. Er hat einen Skelett-Kopf auf. Äh, der ist... Das ist Funkelet. Äh, mein schon. Also... In die Richtung. Der Sonne entgegen. Jo, was? Aua. Ah. Der Mensch, der... Dann wirst du gegen Kaktus, Mann. Kaktus springen, hm? Ey, da hinten. Ah, Dorf! Dorf! Ist das schon mal nicht... Nein! Ah! Damage! Hast du auch da welches Kichterbiers? Das müssen wir jetzt komplett ausbeuten hier. Erstmal die Kisten schmecken. Na, die... Auf die Kisten scheiße. Ich will eigentlich eher die... Brötchen. Nee, da ist ne Rüstung drin. Echt? Hat ich schon mal drin. Ist doch geil. Äh, der... Glauben gleich. Erstmal hier alles mitnehmen. Hier ist voll wichtig alles. Dorfbewohner. Wenn die uns auch noch angreifen könnten. Hier. Ah, scheiße. Ganz. Ne. Ne, die Kiste ist in der Schmiede. Aber da ist keine Schmiede. In den Scheißdorf. Och, Mann. Du Scheißdorf. Ich hab' die ganzen Samen mit. Habe ich schon. Es war insgesamt 39 Samen. Ähm, griech mal ein Stein... Steinwerkzeug. Bräuchte ich mal. Du? Marcel? Hm? Ja, ich hab' die ganze... Das Ding hast du, Julio. Ich hab' alles von Marcel, aber der hat kein Steinwerkzeug. Doch, der... Hat nur ne Holz... Ich hab' kein Werkzeug gehabt. Ich hab' gar nichts gehabt. Ich hab' ein Stein... Äh, ich hab' kein Werkzeug gehabt. Ja, das hab' ich, glaub' ich. Ja, gib' mal. Ja, warte, ähm... Ja, warte, ähm... Wo, äh, To... Ah, ne, das ist der Marcel. Ah, wo ist Tobi? Hier. Genau da. Äh, ich hab' hier... Das hier als einzige Stein. Sorry. Das hier, das hier, das hier... Ja, das war's halt nicht. Das... Mehr hatte ich nicht. Daaa, jetzt hab' ich schon scheiß Block gesetzt. Hast du noch Stein, oder? Dammit, 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 dammit. Ich hab' nur fünf Plastersteine. Ja, kannst du mir die geben? Ja, natürlich. Weil, das war... Zack. Hm. Äh, Tobias ist da... Ah. Hier. Tut es? Tut es? Na gut, dann brauch' mir jetzt eine Pfanne, Stein, Hacke. Erstmal hier komplett alles abbauen, hier ist so richtig wertvoll. Für den Anfang ist das richtig wertvoll. Wie Diamanten. Ja, eigentlich schon. Holz ist am wichtigsten, was du am Anfang brauchst. Ohne Holz geht gar nichts. Dein Holz ist eigentlich das komplett wichtigste, was du komplett Minecraft brauchst, also. Ja. Und das zweitwichtigste ist eine Spitzhacke. Kein Schwert? Ne, ohne Spitzhacke kannst du keinen Stein abbauen. Und ohne Stein kannst du keinen Stein wechsel bauen. Mein Haus! Braust da! Kannst du keinen Eisen abbauen? Naja, doch. Eisen kannst du mit Holz abbauen. Ja, okay. Aber kein jemand. Und... Na, Eisen kannst du ja mit dem Stein abbauen. Da brauchst du schon... Doch. Bei Gold und jemand halt nicht. So. Das ist mein Haus. Alter, was machst du jetzt da drin? Äh... Bleiben wir hier wohnen, oder was, oder? Ja, ich glaub' wir bleiben erst mal da, oder? Ja gut, dann bleib' ich... Dann nehm' ich das Haus. Das Haus, wo da oben eine Werkbank klebt, das ist meine. Hä, wo? Ach, da. Wo klebt der Herr Werkbank oben? Ach, da. Ich nehm' das da. Ich hab' das Steinhaus. Ich hab' das Steinhaus. Ne, ich nehm' das andere da. Ach so, das da hinten. Neben mir. Die Bücherregale. So, ich brauch' ich erstmal Holz. Oh, die Steine. Zurück ist der Wald in der Nähe. Nee, das liegt halt. Gürkenholz. 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 Ey Marcel, willst du deine Sachen wir haben? Für Bauen und so? Ja. So, ich bau' gerade hinten, hinten im Haus. Gürkenholz. Ich weiß, dass nämlich nicht ganz was rein war. So. Hast du, weil meine Maus wieder abkackt? Hm, was hab' ich gehabt? Ich hab' sogar keine Ahnung. Äh, wow. Fitter. Hä? Ja? Ja, weil mir grad so ein Bewohner ins Haus reingelaufen ist und ich mich grad gewundert hab, was das ist. So. Wer ist denn Bewohner? Ja. Ähm. Gibt mal ein bisschen Wied ab. So. Äh, Marcel, wo bist du? Hm? Hier. Warum gestern? Du scheiß Bewohner. Habt ihr gehört, die Wolle? Ja, ähm, ich hatte drei Stück, aber die hab' ich grad im Bett umgewandelt. Also ich nehm' alles gehört, alles. Ja, okay. Warte mal, der ist ein Schaf. Ist tot. Nee. Warte mal. Ich glaub, die hat, äh, Woten-Pick-Ax hab' ich nicht gehabt. Hab' aber zwei, deswegen hab' ich gedacht, die gehört eine. Das musste die gehören. Hast du halt ein bisschen? Und das muss die gehören, das hab' ich abgeerntet und davon nehm' da auch mal die Hälfte. Ja, warte mal. So. Wann die Woten-Pick-Ax, komm' her, komm' her. Da kommt's. Ja, ich hab' selbst eine, aber egal. Geht's erst mal Schaf. Brauch die nette. Ich geh' jetzt mal, ähm, die Samen, die noch gar abpflanzen. Ah, die bauen sind vier Schaf. Ich geh' hier grad Holz abbauen. Aber bauen da ab, wo das Wasser ist. Ich weiß. Hat der Tobias letztes Mal die Fehler gemacht. Ja, aber der wollte mein' in den Dorf bleiben. Ja, da haben wir das Dorf aber auseinander genommen. Ja. Haben wir letztes über die anderen beiden. Ja. Nächster wie Papit mit. Nicht erwähnt. Ich schneid' das raus. Als Piep. Als Snuggerschnitte. Ja. Ja.